Kennen Sie das? Sie suchen eine Lösung und bekommen Aussagen wie Die Lösung ist doch klar. Und das ohne etwas zu beschreiben, zu messen oder zu analysieren. Sie springen von der Aussage sofort in die Lösung. Das ist komisch, oder? Aber menschlich. Willkommen in der Alphadi Akademie. Wenn man an Six Sigma denkt, dann fällt sofort der Begriff D-Make. D-Make ist nicht nur ein Begriff, sondern der Erfolgsfaktor von Six Sigma. Es ist Ihr Navigationsgerät durch Ihr Projekt. D-Make ist eine Abkürzung für die fünf Phasen, in die ein Six Sigma Projekt unterteilt wird und steht für Define, Measure, Analyze, Improve und Control. Im Define beschreiben wir hauptsächlich die Problemstellung und das Ziel. Folgende Aufgaben müssen wir dazu durchführen. Festlegen der Prozessschritte, die analysiert werden sollen. Ernennen des Teams, welches sich in diesen Prozessschritten auskennt. Einige wichtige Faktoren suchen, die einen Einfluss auf das Ergebnis des Prozesses haben. Wissen, wie das Prozessergebnis, also das große Y, gemessen wird. In der Measure-Phase sammeln wir systematisch verlässliche Daten der Einflussfaktoren, die wir im Define benannt haben. Das heißt, wir zoomen diese Einflussfaktoren auf und stellen diese grafisch dar. Am Ende der Measure-Phase wird die aktuelle Prozessfähigkeit des großen Y bestimmt. Im Analyze untersuchen wir alle Auffälligkeiten der Einflussfaktoren aus der Measure-Phase. Wir zoomen in diese Auffälligkeiten und suchen nach deren Kernursachen, auch Hebel genannt. Mit der Statistik wird bewiesen, dass die richtigen Kernursachen entdeckt worden sind, die uns vom Erreichen unseres Zieles abhalten. Im Improve erarbeiten wir Lösungen, um die Kernursachen, die wir in Analyze gefunden haben, zu eliminieren. Diese Lösungen werden getestet und optimiert. Zusätzlich bewerten und reduzieren wir Risikofaktoren, die den Erfolg unserer neuen Lösung behindern. Im Control rollen wir die neue Lösung aus und stellen die Nachhaltigkeit sicher. Durch Trainieren des Teams im Ablauf des neuen Prozesses, durch Steuern und Überwachen der Risikofaktoren, die im Improve identifiziert worden sind, und durch Kommunizieren der neuen Lösung mittels Arbeitsanweisungen. Am Ende des D-Make-Prozesses geben wir das Projekt an den Sponsor zurück und feiern gemeinsam mit dem Team unseren Erfolg. Hier noch einige Tipps. Planen Sie alle Termine der D-Make-Phasen am Anfang des Projekts und halten Sie diese auf jeden Fall ein. Halten Sie sich konsequent an den D-Make-Prozess und führen Sie gemeinsam mit dem Sponsor die Gate-Reviews durch. Mittelschwere Projekte können drei bis neun Monate dauern, je nach Komplexität. Wenn der Sponsor so viel Zeit hat, bei jedem Team-Meeting dabei zu sein, kann er das Projekt auch gleich selbst machen. Lassen Sie Ihre Team-Mitglieder bei den Gate-Reviews die Ergebnisse präsentieren. Das zeigt eine gute Teamarbeit und steigert die Wertschätzung des Teams. Gute Projektleiter müssen nicht im Vordergrund stehen. Und denken Sie daran, nach dem Projekt muss das Team alles implementieren. Deshalb sollten Sie das Team auch gut behandeln.